Fashion meets Function. Einfach luftig und elastisch, heißt diese Woche das Motto bei Fashionstar von Piqueur Eskadron und Lösdau. Wer wird unser sportlicher Fashionstar? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Jens Hilbert, du bist dran. Welcome to Fashionstar. Das große Finale, einer überragenden vierten Staffel und noch überragenderen tollen Teilnehmern. Das war eine spannende und spektakuläre Woche. Aber Fashionstar kann nur eine werden. Ja, ob das die Inke ist, Susanne ist, Antonia oder die Diana, das sehen wir gleich. Aber zuvor erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, fürs die Zuschriften, fürs Interagieren, für die ganzen Bewerbungen. Und ich kann schon mal eins verraten, ProSieben hat den Vertrag verlängert. Und noch besser, Piqueur Eskadron und Lösdau gehen im Herbst in die nächste Staffel. Also ihr könnt euch jetzt schon bewerben. Wir freuen uns drauf. Aber bevor es da soweit ist, kören wir erstmal die Siegerin von Staffel 4. Here we go. Fashionstar. Den Anfang macht Inke, unser kreativer Kopf. Mit Charlie hat sie immer neue Ideen. Susanne, die Freizeitreiterin, liebt lange Ausritte mit Sunny und ihrer Hündin. Die ehrgeizige Springreiterin Antonia weiß genau, was sie kann und will. Und Diana, unsere Pferdefotografin, hat in Wolke das perfekte Model gefunden. Und zur Not kriege ich dann zu Hause Ärger, aber... Dennis, guck mal schnell! Das ist doch nicht mit auf der Kamera. Ja, das ist doch gut. Das sieht doch schon mal mega gut funktional aus, oder? Guck, das Shirt ist auch sehr atmungsaktiv. 34,95. Okay, also... Aber die passen nicht so gut, Dennis. Der braucht keine Glocken. Dennis! Weißt du, an wen die mich erinnern? Robert und Carmen Geis. Robert! Die ganze Zeit. Dennis! Pass zum Motto. Alles funktional, alles schön luftig und es wird wieder ein warmer Sommer. Deswegen haben wir jetzt keine Jacken oder sowas genommen. Ja. Dennis, du solltest dich als für die Wettervorhersage bewerben. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meinem Outfit. Ich fühle mich richtig sportlich und ich könnte jetzt direkt starten mit Charlie. Also, jetzt müssen wir erst die Fleißen suchen, ne? Ja, ja. Okay. Richtig. Kann die hier überall sein? Ja. Ja. Überall, egal wo. Überall. Schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch nur hier jetzt. Überall hier. Oh, verdammt. Nur nicht auf dem Boden. 29,95 Euro. Steht nichts dran, aber kosten sonst noch. Ja. Arbeitest du hier oder was? Arbeitest du hier oder was? Und der Preis? Ja? Also, die Susanne hat eine sehr charmante, leicht Eicherustikal-Ader im Unterton. Aber eben ist es sehr sportiv und sehr elegant durch die Wendung gefallen. Ja, es hat sehr Spaß gemacht, war aber auch sehr aufregend. Und würde ich immer wieder machen wollen. Also, sie ist jetzt für mich Victoria's Secret Supermodel Toni Gahn, oder? Antonia, darf ich Toni zu dir sagen? Ja, das finde ich gut. So dunkelblau ist immer gut, oder? Das würde auf jeden Fall gut zu ihm passen. Und auch, glaube ich, zu den Gamaschen, oder? Ja. Toni Gahn vor Picœur & Lüsteau in The High Fashion Entertainment Show. Ob sie der Fashionstar der Woche wird, das wird sich noch weisen. Ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Es war zwischendurch zwar etwas stressig, aber ich glaube, dass wir es letztendlich ganz gut hingekriegt haben. Ich finde das Ding wahrscheinlich nie Aufgabe gescheitert, weil ich steife nicht gefunden. Ach, Diana, das haben bisher alle geschafft. Hier vorne hast du alles schon, auch den Wühltisch. Also, was ich an der Diana ganz gerne mag, ist, ich finde ja, Frauen, die Mut haben, einen Kurzhaarschnitt zu haben, finde ich total stark. Und ich finde, das steht ja auch gut, das ist stylisch. Ah, perfekt. Vielleicht habt ihr einfach den gleichen Friseur. Fashionstar. Einfach luftig und elastisch. Ja, das ist doch mal ein Motto. Damit kann ich arbeiten. Das hört dich gut an. Was stellst du dir darunter vor? Eigentlich etwas, was ich zur Not, also was ich reitechnisch anziehen könnte, was ich aber auch beim Sport anziehen könnte. Weil luftig und elastisch, was hältst du davon? Die finde ich fast schicker. Die finde ich besser. Ich würde sagen, ihr nehmt euch einfach noch ein Cappuccino dazu und macht erst mal so eine kleine Kaffee-Runde. Und dann sehen wir später nackig weiter. Die Inke, die hat es richtig schwer gemacht für die Konkurrenten. Die ist mit der Premiere gestartet und ich muss sagen, dieses Fashion, aber auch Aprikot, das muss man auch gut kombinieren. Das steht ja nicht sofort und in jeder Kombination. Und sie hat das einfach sehr, sehr cool gemacht. Und wenn wir die drei Kriterienpunkte nehmen, Mut, Motto und Match, muss ich ganz ehrlich sagen, boah, Daumen hoch. Sie hat ein unheimlich tolles Modebewusstsein, ein Modegefühl. Sie hat Mut bewiesen bei der Farbe, auch beim Pferd. Sie hat aber auch beim Motto wirklich alles eingehalten und Gesamteindruck, Pferd und was ich auch finde, wie sie es präsentiert. Mit der It-Bag. Die könnte ja von jedem Chanel Haute Couture Haus sein. Klein Struppi guckt noch aus der Tasche raus und dann strahlendes Lachen. Also herzlichen Glückwunsch, Inke. 9,0. Liebe Susann, auch mit dir hatten wir ganz viel Freude. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Fashion-Welt nicht unbedingt deine Hauptstärke oder dein Haupt-Hobby ist. Dennoch muss ich sagen, wie du so die Sachen zusammengefriemelt hast und den Look für dein Pferd und dich erstellt hast, es hat Spaß gemacht. Du bist halt so ein bisschen härter an die Sache rangegangen und bist jetzt kein Modepüppchen. Aber wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, muss ich echt sagen, richtig cool. Ich finde, du kannst dich schon ein bisschen trauen, ein bisschen modemutiger zu werden, aber auch ein bisschen emotionaler in der Präsentation. Und das Lachen und herzliche Tschaka, ich darf bei Fashionstar mitmachen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Dennoch, liebe Susann, eine ganz, ganz tolle 7,9. Herzlichen Glückwunsch. Mein Schätzelein Antonia. Ich muss ja sagen, wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, präsentiert sich dein heißer Schimmel mit seiner coolen Fliegendecke von Piqueur Escatron eigentlich fast auf dem Runway und Catwalk. Besser als mein Victoria's Secret Tony Ghan Antonia Supermodel. Dennoch muss ich sagen, Mut, Motto, Match, ein super Paket angeboten. Wir hatten ein unheimlich entertaintes, unterhaltsames Gefühl. Also Police Academy, 17. Staffel kann kommen. Du bekommst eine 8,5. Herzlichen Glückwunsch. Lady Di, unsere Diana. Im Avantgarde-Look ist sie aufgetreten. Cooler, selbstbewusster Look. Muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Weil, wenn man deinen Look, dein Gesamtmatch mit deinem Pferd anschaut, super. Mutig, eher klassisch, elegant, wie viele das haben. Und Motto eingehalten, muss ich dann auch sagen, hm, wo ist denn die Sportskanone Diana geblieben? Wo ist denn der Modemut geblieben? Wo ist denn die Leichtigkeit? Wir sind jetzt in Springtime Summer und haben ein bisschen dicke Jacke an und irgendwie die coole Fliegenhaube und die Fliegendecke. Beim Pferd hätte ich mir gewünscht. Du hast zwar die schicken Stiefel sehr stylisch abgestoppt, aber die gehören ja eigentlich nicht ganz in das Motto. Dennoch hast du super entertaint. Wir hatten Spaß mit dir und wir sind super froh, dass du mitgemacht hast. Und du bekommst herzlichen Glückwunsch. Eine ganz tolle 7,7. Eine schwierige Entscheidung für Jens. Hier noch einmal alle Wertnoten in der Übersicht. Das war aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist die Siegerin der vierten Staffel. Unser Fashionstar bei Piqueur und Eskadron ist Inke mit ihrem Charlie. Diesen luftigen und elastischen Look konnte keiner toppen. Als Preis bekommt Inke nicht nur alle Klamotten von Piqueur, Eskadron und Löstau im Wert von über 600 Euro, sondern auch die goldene Schleife und einen 500 Euro Shopping-Gutschein von Löstau. Herzlichen Glückwunsch, Inke! Ach Menno! Jetzt ist die Staffel schon wieder vorbei. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe euch da draußen beim Zuschauen genauso wie uns allen, dem ganzen Team hinter der Kamera, vor der Kamera, allen Teilnehmern. Ich freue mich auf den Herbst, da kommt die nächste Staffel und ich kann nur noch eins sagen. Tausend Dank für Adrenalin pur, für Emotionen und für die Siegerin der Herzen. Bis ganz bald! Piqueur Eskadron, Löstau und Clip My Horse sagt Danke! Euer Jens sagt Bye Bye! Bis bald! Tausend Küsse! Ciao, ciao! Achso! Fashion Star!